Linkfall zur ersten Runde von Schülla Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, das war natürlich spektakulär hier zum Schluss. Wenn wir noch dazu sagen, dass Pekka Bogaster vor zwei Tagen eingesprungen ist, wir hatten eigentlich eine Gegnerin aus Ingraben, Steffi hatte schon mal mit mir geboxt, Anniko Lewey aus Ingraben war am ersten Punktergegnis, hat leider vor zwei Tagen abgesagt. Ich habe nur gedrückt, dass ich ausgemacht habe.